So, was geht? Ich bin ZockerJunkies, ich bin euer Hanubis und ja, heute spielen wir eine Runde Yu-Gi-Oh! Duel Links mit den lieben Ich-Bin-Mitte. Leider kann er jetzt gerade nicht im TS sein, während er das hier spielt, aber ist ja auch nicht so schlimm. Aber wir zocken heute eine Runde. Ich hatte eigentlich vor ein Pack-Opening zu machen. Ähm, oder hatte eigentlich ein Video, ähm, hochgeladen mit einem Pack-Opening, aber das Problem ist halt, äh, gewesen, dass irgendwie die Aufnahme komplett verkackt hatte. Ja, und jetzt nehme ich halt dafür ein Duell auf. Und, äh, was waren da? Zehn Karten oder so waren da drin und, äh, zehn Packs, so. Oh, was hat er auf der Hand? Er macht nochmal eins zu eins denselben Zug. Okay, wir hatten vorhin, äh, könnt ihr ihn nicht wissen, ein Trainings-Duell gemacht, aber wow, Mitte startet hier mal richtig nice. Wenn ich total am Verkacken bin. Schon zum Start, okay. Dabei habe ich das ja mit der immer geschlagen. Das ist auf dem letzten Duell, da habe ich irgendwie nicht die richtigen Karten bekommen. Aber, kein Problem. Ja, schön. Okay, die Karte werde ich mir bei mir halten. Ach, was mache ich denn da? Die hier setzen, Effekt setzen. Schön, schön. Yep, tschüssi mit deiner Karte. Da er kein Monster hat. So kann ich... Ja, okay. Zug beenden. Mal gucken, ob er sich traut, anzugreifen. Ich bin gespannt. Ja, weiß ja nicht, dass ich ne Zauberkarte drauf habe. Ein Monster in Verteidigungsmodus. Okay, auch nicht übel. Und ne Karte verdeckt. Ich brauche ein Monster, damit ich die hier spielen kann und danach rufe ich sie hier. Ja, äh, traut sich's trotzdem. Geht gut auf meine Lebenspunkte. Ich brauche nur einer meiner stärkeren Monster und dann wäre es für ihn vorbei. Komm schon. Ah, guck mal an. Wunderbar. Kann ich die hier setzen. 9. Okay. Nicht schlecht von Mitte. Aber... Gut, jetzt bin ich dran. Was? Nein! Was? Voll. Oh, shit. Oh, shit. Ja, okay. OMG. Der hat ja mal richtig hart trainiert, der Boy. Oh mein Gott. Nice. Bisher hat er immer nur verloren, aber... Respekt, mein Bro, Alter. Ja, und damit geht's an ihn. GG an Mitte. Richtig, richtig, richtig heftig. Gönne ich ihm. Naja, meine lieben Zocker-Junkies, falls ihr Bocken auf mehr Yu-Gi-Oh! habt und ihr nicht mal Lust hättet, auch mal gegen mich oder eben halt, dass wir hier Community-Fights machen, würde ich doch mal sagen, schreibt's in die Kommentare. Lasten-Like darf, ein Abo wär auch ziemlich nice, ansonsten würde ich mal sagen, auch wenn's jetzt ne totale Fail-Niederlage war und ich echt nicht drauf gefasst war, dass der Mitte jetzt so gut war, würde ich doch mal sagen, ne, bis zum nächsten Mal. Mal.